hmmm hallo ich einfach black screen aaaah ok das heisst Siglo alright ok 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 Das ist halt ähnlich geblieben, außer das mit dem Surgeant. Und Piastri. Ja, gut. Und De Vries. Und ich öffne es erst mal, das Spiel. Ja, jetzt kann er erst noch EA nutzen für eine Vereinbarung. Ah ja, stimmt. Das Ganze kann jetzt auch noch... Ah, Mann! Wollen wir Crossplay anmachen? Keine Ahnung. EA anmelden. Ja, aber wir laden es noch. Drei Jahre später alle. Ah, jetzt. Ja, das ist so gut. Ja, ich möchte mich daran entgegen. Ich könnte schon sagen Crossplay. Hallo. Ja, komm. Untertitel aus... Ja, bitte. Bei mir wird Spahnstierig immer noch nicht unterstützt. Ich bin Möni. Ich auch. Oh, ich bin Breaking Point Karriere. F1 World. Liga Rennen. Äh... Jetzt mal aber kurze Frage. Jetzt kannst du nicht mehr Zeitrennen und so machen, oder was? Ja, kurz. Ich meine... Alter, das ist jetzt aber nicht der Ernst. Doch, dass ich safe nur einmal mache. Ja, wo? Ja, wo? Ich bin's. Ja, wo ich spiele jetzt. Hä? Spielen? F1 World Wo? F1 World Halt, jetzt erklärt er mir noch alles Ja Ja Wenn du bereit bist, kannst du über den Spielbildschirm Welche Strecke schauen? Ich muss nach Vegas Dein Ausgangspunkt für alle Varianten mit Zieh dich um und wenn du bereit bist, wähle Serie in der Liste aus Ah, Todzeit Aber es trägt mich schon wieder auf Weißt du, was mich jetzt schon wieder auffragt Es gibt Formel 2 22 Und es gibt wieder keine Formel 3 Das erste, was mich schon auffragt Ah lol So, lol Also ich bin von Las Vegas Um zu wechseln Ich schaue gerade Ich glaube, er lasse ich es Ich habe keine Ahnung von dieser Strecke Weil ich das Rennen da ja nicht habe Schauen Man meint mal, es kommt ja noch Ich bin schon ohne Ja, stimmt Boah, Alter Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung von dieser Strecke Oh nein, was ist das denn? Ich habe keine Ahnung von dieser Strecke Aus meiner Huf Ja, ich habe keinen Angriff Ich habe keine Ahnung von der Strecke Ich habe keine Ahnung von dieser Strecke, ich muss das nachher alles einstellen, Alter! Du hast auch fast das Heck verloren. Ich habe das Heck verloren. Alter, die langen Geraden ist geil. Wir verlieren das Heck schnell. Die aufgelangenen Geraden. Alter, man muss nur aufpassen, das Heck nicht zu leeren Augen. Ich kann den Mauser beschleunigen. Anstatt beschaden, glaube ich, ist okay. Ich bin der Top 2 sieht geil. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, hier bei diesen Schikanen, aber du musst spüren schauen, das hat nicht Verlust. Aber die langen Graden ist wirklich klein. Strecklich braun, freut mich. Ich hoffe man kann sie auch im Rennen gut fahren. Bei dieser langen Graden kannst du sie selbst überholen. Weiss ich aber nicht. Ich habe einfach einen Schuss von der Restbräne. Und dann warte ich einfach und kannst ihn nicht erholen. Der muss halt noch alles einstellen, Alter. Das ist eine richtige Runde, die zwei Randern. Das ist eine richtige Runde, die zwei Randern. Das war schon. Du bist am meisten im Norden gefahren. Mhm. Ja, aber Alter. Er hat ehrlich gesagt fast Null unter Kontrolle. Alter, das ist jetzt so schwierig. Die Anti-Arg wenig. Das ist jetzt schwierig. Ich muss auch einfach alles leistiger stellen, alles einstellen. Ja. 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 Sollte Was die Schikane ist jetzt schon nervig, also die Schikane regt mich jetzt schon uhr auf. Du verlierst einmal das Heck falsch und fährst es nicht auf, hast du direkt geschissen. Das ist geil gemacht, allgemein, also. So, jetzt bin ich zufrieden. Die Steuern finde ich geil, also es bewegt sich geil, also dass man den Heck findet, ist ein bisschen zu extrem. Ich hoffe, dass es mir noch leicht anpasst. So. Klar ist das abkürzt. Ich glaube es auch, Alter. Wie soll das bei der Schikane ist wirklich nervig. Und ich merke auch gerade, dass ich noch die Brenzhilfe drin habe, das merke erst jetzt. Also Session beenden, nein, Einstellung. Ich hoffe es kann ich gerade alles da machen. So. Ja, das kann ich aus. Die Resthilfe kann auch aus. So. Ja. Da werden jetzt viele Strecke geschehen. Wie soll ich das noch machen? Ich weiß noch nicht, was wir müssen. Da ist ein Strecke gerade. Ein komplettes Strecke. Bitte, bitte. Ah, so. Ich hoffe es ist jetzt gespeichert. Ja, alles gut. Also das ist jetzt. Das wird jetzt lustig. Erstmal ohne Bremse, dann schauen wir, ob das anders ist. Oh ja, es ist deutlich anders. Aber Angewöhnung auf dem höchsten Niveau. Du hast viel mehr Rutscht mehr. Hast du das viel lernen? Ach, du musst gerne mal Lieslicker machen. Ah, du bist noch besser. Alter, er rutscht so hart. Was? Was geht jetzt mit den Müsse? Ein Bremse, wenn es mir nicht so kommt. Verstanden komm nicht. Ein Bremse, wo bin ich denn jetzt so schrecklich verlassen? Hallo? Ah ja, das ist besser. Oh Gott, er hat sich an den Bremse, auch kurz. Ah, da gibt's noch... Ah, die DRS gerade. Das kann man jetzt sehen, oder? Wo? Äh, Las Vegas. Ah nein, zwei. Ja, das hat gerade gemerkt. Schöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Was ist das mit den Schikane? Das erinnert mich so an Dims. Oh, welche Strecke. Miami. Oh, man. Was Strecke erinnert mich ein bisschen an Miami. Hey, ich bin ja nicht mit allen vier Räten draussen gesehen. Halt. Welche Strecke fährst du? Berlin. Jedes Mal wenn du rutschst. Also man rutscht so hart, man muss so hart aufpassen. wie du sagen willst? Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr gerne ein Like und ein Abo möchtet Und ja, schaue dann ein bisschen das Legend vorbei Ich verlinke ihn unten Er macht zwar in einem Moment nicht aktive Videos Aber schaue trotzdem vorbei Wir haben auch schon ein Stream gestartet Gut, dann ist das gewesen Tschüss